Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es nochmal um die Wollnys. Das nächste Update zu dem Thema. Kalanta Wollny wurde ja anscheinend verhaftet. Dann gab es einige Postings und auch die Bild berichtet jetzt über die Wollnys. Trommelwirbel. Allerdings nicht so, wie ich es gedacht hätte. Dennoch möchte ich das hier auch aufgreifen und nochmal einiges dazu sagen. Ich habe jetzt auch eine Playlist zu den Wollnys. Also wenn euch das Thema hier noch mehr interessiert, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. und teilt die Videos auch gerne, damit auch die Kritik so ein bisschen größer wird. Denn das scheint irgendwie versucht zu werden, das Ganze tot zu schweigen. Und das fand ich schon so ein bisschen merkwürdig. Auch die neuesten Äußerungen von Kalanta Wollny finde ich durchaus fragwürdig. Und ja, alles ist so ein bisschen schwierig. Danke auch für euren Support. Es gab ja sogar super Sanks, Spenden unter den Videos. Das ist ja so eine Methode, um den Kanal zu supporten. Und auch neue Kanalmitglieder sind dazugekommen. Also wenn ihr mich weiterhin so schön unterstützt, freue ich mich sehr. Danke auch für die ganzen Likes und Leute, die immer nette Kommentare schreiben. Also vielen lieben Dank. Ansonsten gehen wir jetzt auch direkt in die News von der BILD. Und warum ich mich da so ein bisschen geärgert habe, wird auch Thema werden. Wir sind jetzt auf der Seite der BILD. Die Originalquelle ist wie immer unten verlinkt. Credits gehen raus. Und dann geht es hier direkt in die News. Riesenschock für Mama. Silvia wird getitelt. Wollen ihr Tochter verhaftet. Und komischerweise über die ganzen Äußerungen und schweren Vorwürfe gegenüber der Familie Wolleni oder auch gegenüber Jeremy Pascal Wolleni, der übrigens zur Stunde dieses Videos mit der Familie Wolleni Karneval zusammengefeiert hat. Und das auch in den Storys geteilt hatte. Das ist jetzt hier irgendwie nicht so richtig Thema. Und das ist das Ärgernis, was ich habe. Warum wird das nicht aufgegriffen? Warum wird darüber nicht berichtet? Hier ein Bild von Silvia Wolleni und Tochter Kalanta. Und dann gehen wir jetzt hier mal direkt in die News rein. Riesenschock für Reality-Star Silvia Wolleni. Die Wolleni ist eine schrecklich große Familie. Ihre Tochter Kalanta landete jetzt im Gefängnis. Die 23-Jährige selbst machte ihre Verhaftung auf Instagram öffentlich. Dort schrieb sie kurzes Statement. Ich bin wieder zu Hause, nachdem ich heute verhaftet wurde. Über den Grund der Verhaftung schrieb sie nichts erwähnte. Lediglich Gründe bleiben privat. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Da gibt es auch viele, die mir dann Sachen schreiben und anscheinend Bescheid wissen. Ich möchte jetzt allerdings nicht irgendwelche Dinge hier in den Raum werfen, wo ich nicht hundertprozentig weiß, ob das jetzt so ist. Aber das ist jetzt das offizielle Statement, was sie auch öffentlich geteilt hat. Kurzes Statement. Ich bin wieder zu Hause, nachdem ich heute verhaftet wurde. Gründe bleiben privat. Hat meine Mutter die Kaution gezahlt. Also erstmal gibt es keine Kaution in Deutschland. Also es sei denn, man ist dann schon ein bisschen schwerwiegender unterwegs. Und das wirkt alles ein bisschen komisch und mysteriös. Ihr könnt mich aber auch gerne, meine Juristen-Seite, aufklären, wo es vielleicht dort auch Unterschiede gibt. Es wirkt alles auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Dann geht es hier weiter. Die Verhaftung hatte nichts mit meiner Familie zu tun. Also nichts mit den Äußerungen zu tun. Ich werde mich erstmal zurückziehen. Ich danke dir für deine Unterstützung und dass du mich dort rausgeholt hast. Das werde ich dir nie vergessen. Und es tut mir leid, was ich öffentlich über dich gesagt habe. Das ist anscheinend an Silvia Wollny gerichtet. Also sie entschuldigt sich für das Gesagte. Das kann natürlich jetzt vieles heißen. War das jetzt alles falsch? Hat sie gelogen? Es ist alles sehr mysteriös. Wir waren uns eigentlich fast alle auch in den Kommentaren einig, dass das sehr merkwürdig ist, dass die Medien das so totgeschwiegen haben. Dass zwar Stellung bezogen wurde von Jeremy Pascal Wollny und auch von Silvia, allerdings von RTL 2 nichts kam, von Bill Bild und Co., die jetzt darüber berichten und das durchaus mitbekommen haben werden. Dann aber über die schweren Vorwürfe wurde gar nichts gesagt. Und das ist halt schon irgendwie sehr, sehr mysteriös und fragwürdig und strange. Und dann geht es hier weiter. Die Verhaftung hat nichts mit meiner Familie zu tun, stellt Kalanta klar. in den letzten Wochen war, die wollen die Tochter immer wieder mit ihrer Mutter und anderen Familienmitgliedern aneinander geraten. So kann man es natürlich dann auch ausdrücken. Wie sehr wird hier gar nicht thematisiert? Mama Silvia übernahm offensichtlich sogar die Kaution, damit die Tochter wieder aus der Haft entlassen wird. Ob es das jetzt gibt oder nicht, ist die Frage. Kalanta erleichtert. Ich danke dir für die Unterstützung. Also sehr, sehr merkwürdig. Dann anschließend folgte sogar eine Entschuldigung an ihre Mama. Und das ist halt sehr, sehr merkwürdig. Es ist übrigens nicht das Erste, dass Kalanta mit dem Gesetz in Berührung gekommen ist. 2016 saß sie ganze zwei Wochen im Jugendknast, weil sie eine Mitschülerin mit Pfefferspray angegriffen hatte. Naja, ja, sehr, sehr heftig. Aber wie gesagt, hier wird nicht konkret gesagt, was ist denn da überhaupt schiefgelaufen die letzten Wochen? Was ist passiert? Warum gab es überhaupt auch Äußerungen von Kalanta? Wollen die aneinander geraten? Kann ja viel heißen. Und das ist halt das Perfide, dass irgendwie durch solch einen Artikel überhaupt nichts gesagt wird, warum und weshalb es dort auch zur Eskalation vielleicht kam. Und das empfinde ich schon von der Bild und auch von den Medien merkwürdig. Und ihr könnt ja einfach nur mal merkwürdig unten reinschreiben, wenn ihr das auch so seht. Weil viele gab es jetzt nicht, die darüber berichtet haben. Also ich bin jetzt einer der wenigen mit ein bisschen Reichweite, die das ganze Thema überhaupt aufgegriffen haben. Und irgendwie wirkt das schon extremst komisch auf mich. Mein Fazit des Ganzen fürs Erste ist, dass ich Kalanta Wollny durchaus glaubwürdig empfunden habe. Das ist jetzt nur meine Meinung. Wissen tun wir alle es nicht. Ob dort irgendwas dran ist an ihren Schilderungen. Nur, wenn man jetzt sich die letzten Jahre so ein bisschen bei den Wollnys mal angesehen hat und auch bemerkt hat, dass in der Vergangenheit durchaus auch Leute da in der Familie schon negativ aufgefallen sind. Dann dieser Split zwischen dem Vater der Kinder, Dieter Wollny und Jeremy Pascal Wollny und dem Rest der Familie. Und dann dieses Buch von Dieter Wollny und Co. das wirft halt so viele Fragen auf und ja, Verständnislosigkeit, dass das alles sehr merkwürdig ist. Auch, dass jetzt Jeremy Pascal Wollny und die Mutter wieder und auch der Rest der Familie so sind und zusammen sich auf dem Karneval in Deutschland sehen lassen und zusammen feiern. Und ich blende euch das hier einfach nochmal zusätzlich ein. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht, wenn eine Tochter so schwerwiegende Äußerungen und Vorwürfe gegenüber dem eigenen Bruder vom Stapel lässt. Also entweder ist da überhaupt nichts dran oder es wird irgendwie versucht, das Tod zu schweigen. Und mein Bauchgefühl, und das ist jetzt nur mein Bauchgefühl, sagt, da wird irgendwie wirklich versucht, das Ganze möglichst klein zu halten, von den Medien als auch von der Familie. Weil natürlich diese ganzen Dinge, die da aufkeimen, mit dem Fall Kalanta Wollny vielleicht negative Konsequenzen haben könnten. Dass vielleicht der ATL 2 sagt, nee, mit euch Leute, das geht nicht mehr. Die Leute sind hier erbost und eure Show ist dann jetzt hier erstmal beendet. Damit eine riesige Einnahmequelle wegfällt, für die komplette Familie, im Prinzip die Existenz infrage gestellt wird, die, glaube ich, alle mehr oder weniger jetzt durch diese Show ihr Leben leben können. Und sie ist ja auch die Herrscherin dieser Familie. Das muss man ja auch so mal das Wort mal reinwerfen. Denn sie hat anscheinend dort alles im Griff. Die komplette Familie, die ganzen Kinder leben mit ihr, bei ihr und sind von ihr und der Show auch mit abhängig. Und ich glaube schon, dass das so eine gewisse Form von Machtmissbrauch auch sein kann, die dort am Start ist. Denn wenn man sich nicht hundertprozentig gut benimmt, dann ist man da ja auch erstmal raus. Dann wird vielleicht das Geld auch knapper. Und wenn man dann vielleicht auch nicht viel gelernt hat in der Schule oder keine Ausbildung oder keinen Job hat, dann ist das ganz schnell auch vom Luxusleben in der Türkei oder auch im schönen Haus in Deutschland und dem recht guten Geld, was die durch diese Show auch verdienen, dann auf Existenzminimum. Und das kann natürlich dann auch die Leute vor große Probleme stellen. Und so scheint das bei Kalanta Wollny durchaus auch der Fall gewesen zu sein. Nun gut, das Geld scheint auf jeden Fall da auch immer ein Thema gewesen zu sein. Das war ja auch bei dem Statement von Silvia mit bei und viele, die auch gefachsimpelt haben. Mensch, was ist denn da los? Wie gesagt, die ganzen Gerüchte, die man im Hintergrund noch so hört, die ich jetzt hier nicht größer machen möchte, sprechen auch Bände. Und wenn man sich dann irgendwie dieses Puzzle versucht, selbst zusammenzusetzen, dann kriegt das alles einen sehr merkwürdigen Touch. Wie gesagt, schreibt merkwürdig unten rein, wenn ihr das auch so seht. Ansonsten, wie gesagt, steht es mal aus der Ferne nicht zu. Und wie gesagt, auch für Jeremy Pascal gilt die Unschuldsvermutung. Und ich weiß nicht, ob da was dran ist. Man kann sich sowas ausdenken. Das kam oft genug schon vor. Ja, und vielleicht ist es wirklich so, aber irgendwie kriegt das alles einen sehr, sehr merkwürdigen und komischen Touch. Das soll es dann für heute aber erstmal gewesen sein. Schaut auch gerne um das Video rein um 18 Uhr. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen oder nachher wieder. folgt mir gerne überall, schreibt mir gerne und weitere Updates. Und dann sehen wir uns. Bis dahin und ciao, ciao.